Entschuldigen Sie, brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, ich komm schon klar. Lassen Sie mich mal sehen. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu. Du siehst den... Entschuldigung, Sir. Ich würde gerne eine Kontrolle eröffnen. Sie ist schön. Dann will ich einfach... Another time. Er verbrachte sein ganzes Leben hinter Gitter. Oh, dann was auch immer zu machen.